so dhl war schon wieder da aber mal schauen was da drin ist ich habe dann verdacht aber eine riesen ankündigung und alles ganz was anderes drin was viel schöneres wlan machen wir aber gleich kaputt ein architekturset ist da drin nehmen wir den zettel weg weiß noch ob es genannt werden soll aber ich denke mal schon da kannst du mal gucken vorsicht messer so viele grüße und vielen dank natürlich so wangi erzähl wann und warum wir es ersteigert haben bei pauls klemm bausteine chelsea stream ukraine aber es ersteigert am samstag fünften dritten uns hat uns gefallen schöne viele weiße steine und zwar für guten zweck es hat uns gefallen wegen den schönen steinen außerdem war ist das ganze für einen guten zweck das packt sich keiner in die tasche und rennt damit in der gegend rum das ist bereits von der pandora überwiesen worden die hat er sich darum gekümmert finde ich klasse da ist noch eins unterwegs das wird direkt von pandora hierher geschickt warten wir mal ab ja dann machen wir weiter hallo leute ja müssen wir da und zwar ein paket von pandoras box öffnen und freuen noch freuen wir uns nicht wir haben noch nicht geöffnet allerdings hat sie uns eine nachricht zukommen lassen vorsichtig öffnen es ist gepackt bis oben hin ja warum schickt pandora und so ein paket da war letztens ein live stream mit einer verlosung und so weiter für die ukraine und da haben wir zwei teile haben wir steigert das eine steht auf der seite das andere ist hier das haben wir schon in einem kleinen review das kommt aber zusammen mal gucken dass wir es jetzt wunderschön auftreten kein problem ein klavier ja das sollen 2,6 kilo übrig steine sein und steine können immer gebrauchen wundervoll sehr ordentlich verpackt ja das sind keine steine ey alter danke ja super danke ich habe schon gewundert was sind denn das für komische standen ich hätte wahrscheinlich ein ding holen müssen einen cut-on ja das soll schon mal aufgebaut gewesen sein wir werden es auch aufbauen weil das sind ein haufen steine wie viele steine sind das 1.600 oder so unsere sette steht hier nicht drauf schade ich schreibe es ins bild ja sind von happybuild ja die muss ich hier nochmal raus holen die lauter weiße plates bisschen schwarz auch dabei auch wenn das nichts für uns ist die steine allein weil wir brauchen jede menge weiße da brauchen wir nicht mehr viele aber sie dürfen dann damit wenn wir es eben halt nicht gebrauchen können so dann erklären wir was da alles drin ist so äh da ist diese music box hier drin da haben wir dann eine akkubox ja also das ding fährt nicht rum ne es soll aber Töne machen und äh ich glaube dass ein motor auch drin sein soll ich weiß was drin ist ich jetzt auch na das muss doch gezeigt werden auf jeden fall so schade dass sie von uns schon eine Tasse haben alle beide alle beide ja ja und so geht es uns auch ja ich zeige ja ein rot sieht ja auch geil aus herrlich wunderbar danke tausend dank dann freuen wir uns auf jeden fall kommt in unsere Tassensammlung irgendwann müssen wir dafür ein extra Regal an die Wand nageln die Stangen sind aus Carbon sehr gut wir halten also was aus das war es im großen ganzen jetzt wir werden das gleich noch richtig aussortieren ja und ja dann würde ich doch mal sagen wenn euch das Video gefallen hat Daumen hoch wenn es nicht gefallen hat Daumen runter abonniert uns und wir sehen uns beim nächsten Haul genau tschüss 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 tschüss